Und Landwirtschaft, Herr Christian Schmidt. Bitte sehr, Herr Minister. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank. Die Bundesregierung hat sich heute in ihrer Kabinettssitzung mit dem Thema der Prävention der afrikanischen Schweinepest in Deutschland beschäftigt. Es handelt sich bei der afrikanischen Schweinepest um eine schwere Virusinfektion von Tieren. Sie betrifft ausschließlich Haus- und Wildschweine und ist aber für diese tödlich. Für den Menschen stellt sie keine Gefahr dar. Die Tierseuche breitet sich in den Wildschweinbeständen der betroffenen Regionen in Osteuropa immer weiter aus und ist noch circa 350 Kilometer von Deutschland entfernt. Sie ist übrigens in Osteuropa zum ersten Mal im Jahr 2007 in Georgien aufgetreten. Für Deutschland stellt die Einschleppung der afrikanischen Schweinepest eine große Gefahr dar. Deswegen wollen wir sie mit Präventionsmaßnahmen so weit wie irgend möglich verhindern. Insbesondere die Mitnahme des ASP-Virus, eines sehr beständigen Virus, der auch über Wochen, Monate aktiv bleiben kann in kontaminierten Lebensmitteln durch reisenden LKW-Fahrer, ist eine große Gefahr, sowie durch die unsachgemäße Entsorgung dieser Lebensmittel. Der Faktor Mensch spielt also eine entscheidende Rolle, der den Erreger über unsachgemäß entsorgte Speisereste über weite Entfernungen verbreiten kann. Wildschweine fressen diese Speisereste und infizieren sich so. Dies ist, wenn der Erreger in die Population eingetragen ist, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Wildschweinpopulationen in Deutschland problematisch. Daher hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schon 2014, unmittelbar nach den ersten ASP-Fällen in Osteuropa, eine umfassende Informationskampagne gestartet. Ich bin dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur sehr dankbar, dass er die entsprechenden Plakate auf Autobahnpark- und Rastplätzen an den wichtigen Ost-West-Routen angebracht hat oder anbringen hat lassen und Informationen auf digitalen Informationsstellen zeigt. Es geht darum, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger und vor allem diejenigen, die aus Osteuropa im Transit kommen, vor dem Wegwerfen von Speiseresten zu warnen. Darüber hinaus haben wir für das Veterinärsten zuständigen Behörden der Bundesländer und die Landwirtschaftlichen Verbände gebeten, unter anderem Erntehelfer aus Osteuropa mittels Handzettel zu informieren. Über das Bundesamt für Güterverkehr wurden zudem Handzettel an Lkw-Fahrer ausgehändigt. Aber unabhängig vom Verbreitungsweg, ein Ausbruch hätte erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen für die schweinehaltenden Betriebe und für den Schweinefleischsektor insgesamt. Deswegen tun wir alles, um die Einschleppung der ASP nach Deutschland zu verhindern. Wir müssen vernetzt handeln, haben deswegen eine enge europäische Kooperation. Ich habe am 19. Januar diesen Jahres mit den Kolleginnen und Kollegen aus den betroffenen europäischen Staaten und der Europäischen Kommission sowie internationalen Behörden eine Arbeitssitzung in Berlin durchgeführt. Von dieser Konferenz ging das Signal aus, dass wir in Deutschland und in Europa handlungswillig und handlungsfähig sind. Wir haben auch im Agrarrat das Thema diskutiert. Ich werde nächsten Montag alle Ressorts, Länder und Verbände zu einer nationalen ASP-Präventionskonferenz einladen. Die Verordnung, die wir heute beschlossen haben, dem Bundesrat vorzulegen, beinhaltet Möglichkeiten des unverzüglichen Eingreifens zur Vermeidung von Weiterverschleppung der ASP. Es sind beispielsweise die Reinigung und Desinfektion von Transportfahrzeugen, die Erweiterung von Anordnungsbefugnissen für die zuständigen Behörden, die das Verbot der Nutzung von Gras, Heu und Stroh zu Futterzwecken als Einstreu- oder Beschäftigungsmaterial beinhaltet, die Ausweitung der Maßnahmen zur Erkennung der ASP, die Ausdehnung des Gebiets, in dem Maßnahmen ergriffen werden. Und auch die Verordnung über die Jagdzeiten haben wir geändert mit der Aufhebung der Schonzeiten für Schwarzwild, was als der wesentliche Überträger für diese Erkrankung gelten würde, wenn sie denn in Deutschland ankommen würde. Die Schwarzwaldpopulation soll ausgedünnt werden. Der Elternschutz wird dabei für die Tiere beachtet. Wir haben Regelungen gefunden, die bei führenden Bachen, bei Frischlingen, solange die Frischlinge selbst nicht allein bewegungsfähig sind, die Ausnahmen des Jagdrechts aufrechterhalten. Vielen Dank. Die erste Frage hat der Kollege Röhrig, CDU-CSU. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe zunächst ein Lob loszuwerden an die Bundesregierung, und zwar, dass sie sich nicht damit abfindet, wie viele Experten es sagen, dass sie zwangsläufig zu uns kommt, die Schweinepest, sondern dass sie alles daran tun, Prävention zu betreiben, es zu verhindern, dass sie zu uns kommt. Und da kommt meine Frage. Nun haben wir in Deutschland ein sehr föderales System, gerade in Bezug auf das Veterinärrecht. Jetzt haben die Kreisveterinäre einiges an Verantwortung. Was tut die Bundesregierung dafür, dass über die Länder dieses umfangreiche Maßnahmenpaket, was sie beschlossen haben, auch runtergebrochen wird auf die Kreisebene, damit wirklich dieser Fall nicht eintritt? Auf die Frage, Herr Kollege Röhrig, kann ich wie folgt antworten. Wir sind mit den jeweiligen Landesregierungen in entsprechenden intensiven Kontakt, auch jetzt bei der Nationalen Präventionskonferenz, aber nicht erst da. Die Bitte ist dabei gerichtet an die jeweiligen Bundesländer, dass sie ihre Behörden auf kommunaler Ebene bzw. im nachgeordneten Bereich mit ansprechen und informieren. Soweit wir das sehen, findet das zu einem sehr großen Rahmenmaße statt. Wir haben ein Krisenteam bereitstehen für den Fall, dass in die Schweinepest noch näher kommen sollte, dass dann auch unter Leitung von Staatssekretär Dr. Eikens die Länder in unmittelbare Entscheidungen mit einbezieht. Bisher haben wir recht guten Eindruck, auch durch eine Übung, die wir durchgeführt haben, eine Rahmenübung, was passiert für den Krisenfall wann mit einzelnen Bundesländern, dass die Dinge gut funktionieren. Danke sehr. Die nächste Frage hat der Kollege Felser, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, Sie sprachen gerade an, der Faktor Mensch ist ja derjenige, der das Virus einschleppt aus Osteuropa hier rein, entlang der Autobahnen. Die betroffenen Tiere selber haben ja eine sehr niedrige Reichweite. Sie wenden dann sehr rasch an dem Virus. Meine Frage, Sie sprachen von erheblicher Ausdünnung der Schwarzwildpopulation. Der Deutsche Bauernverband möchte einen Eingriff von 70 Prozent in die Population. Wir haben letztes Jahr, die deutsche Jägerschaft hat letztes Jahr 600.000 Wildschweine auf die Strecke gebracht. Frage, gibt es eine Zielkennzahl? Wie weit soll das noch erhöht werden? Das Engagement der Jäger ist jetzt schon an der Grenze. Von welchen Zahlen gehen Sie aus, dass wir durch diese Eingriffe in diesem Jahr erreichen? Herr Kollege, das gibt mir Gelegenheit, den Jägern sehr zu danken, die nicht nur in der Wildschweinjagd, auch mit Drückjagden, mit revierübergreifenden Jagden, sondern übrigens auch mit Informationsblättern, die wir gemeinsam mit dem Friedrich-Loeffler-Institut, meiner nachgeordneten Behörde für Tierseuchenbekämpfung, aufgelegt haben, bis hin zu einer App, bei der jemand, der ein totes Tier sieht, das fotografieren kann, mit der Verortung, wo es war, dann auch die Möglichkeit einer schnellen Bekämpfung gibt. Ich denke nicht, dass wir mit Zahlen, mit fixen Prozentsätzen arbeiten sollten. Wir müssen regional auch sehen, dass eine schnelle Bekämpfung in manchen Bereichen dazu führen kann, dass der Nachzug und die Bewegung, die wir ja verhindern wollen der Tiere, eher noch größer wird. Und deswegen eine angepasste, intelligente Konzepte für die Bekämpfung des großen Schwarzwildbestandes, eine Dezimierung, aber bitte mit Überlegung. Und nochmal, wir brauchen die Jäger dazu, die das ganz, ganz überwiegend ehrenamtlich und kostenfrei tun. Und ohne deren Unterstützung könnten wir sowieso nicht erreichen. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, dass wir hier einen vernünftigen Weg gehen können. Herr Bundesminister! Herr Präsident! Es gibt da oben eine Anzeige. Da läuft die Uhr runter. Und wenn es rot leuchtet, dann erteile ich das Wort zur nächsten Frage der Frau Kollegin Dr. Tackmann, der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Präsident! Herr Minister, für Ihre Ausführungen. Sie wissen ja, dass ich mich mit dem Thema schon sehr lange auch auf verschiedenen Ebenen bewege, weil es tatsächlich schon längere Zeit doch schon droht, dass die Probleme auf uns zukommen. Wir haben im Baltikum unterdessen eine endemische Situation, so wie ich das einschätze. Das heißt also, es ist gut, wenn wir uns jetzt spätestens jetzt vorbereiten. Deswegen nur mal, es ist natürlich schade, dass wir jetzt mit einem beschleunigten Verfahren in den Bundesrat gehen. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass wir über das eine oder andere vielleicht auch länger hätten diskutieren können. Meine Frage geht auch bei der Reduktion des Schwarzwildes um die Frage Tierschutzgerechtigkeit und Weitgerechtigkeit. Also ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass wir jetzt endlich was tun müssen, wobei ich noch lieber präventiv tätig wäre. Also wir hätten eigentlich längst über die historisch hohen Schwarzwildbestände reden müssen und die Ursachen dafür. Aber wir müssen es jetzt tatsächlich reduzieren. Wie stellen Sie sich denn eine weitgerechte und tierschutzgerechte Jagd vor, wenn Sie jetzt die Jagdzeiten vollständig aufheben, wenn also auch führende Bachen in Frage kommen und Ähnliches? Herr Bundesminister. Herr Präsident, die Kollegin hatte den Blick jetzt nicht auf das rote Gericht. Ich habe auf die andere Uhr gekauft. Er hat etwas weniger Ihre Zeit überzogen als der Bundesministerin seiner Antwort zuvor. Also Frau Kollegin Tagmann, Sie wissen, dass das nicht erst jetzt mein Bestreben ist, diese Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest auch zu intensivieren. Das hat auch stattgefunden. Wir sind im engen Austausch seit Jahren, wir haben vor zwei Jahren bereits im Rahmen der Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen sehr viel unternommen. In der Tat machen die endemische Situation vor allem in den baltischen Staaten uns Sorgen. Wir sind nicht ganz genau informiert, wie die Entwicklung der Russischen Föderation ist. Wir haben erfreulicherweise aus Weißrussland jetzt mehr Informationen bekommen. Wir müssen beim Tierschutz auch, ich habe das Thema der Drückjagden angesprochen, ich habe das Thema des Elternschutzes, des Elterntierschutzes angesprochen, natürlich die Rahmenbedingungen der weitgerechten Jagd mit beachten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Tierseuchenbekämpfung jetzt gibt und notwendig ist. Vielen Dank. Die nächste Frage hat der Kollege Ostendorf von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Minister, schönen Dank für Ihren Bericht. Es wurde schon darauf hingewiesen von Kollegen, dass die Verbreitung ja vor allen Dingen an Überlandrouten stattfindet. Aber auch bei der Entstehung des Virus aus Afrika war das Wildschwein nicht beteiligt. Die Frage, ob man hier wieder sehr schnell Verantwortlichkeit herstellt, wie wir es ja bei der Geflügelgrippe kannten, bei der Vogelgrippe, wo die Zugvögel auf einmal im Visier waren und manche daran dachten, die Zugvögel auszurotten, ist ja jetzt auf einmal zur Wildschweinjagd geblasen. Dass wir zu hohe Bestände haben, ist klar, aber das hat auch nichts mit dieser afrikanischen Schweinepest zu tun. Die Frage ist, wie weit soll es gehen? Wie viel sollen geschossen werden? Was soll intensiviert werden? 600.000 werden geschossen. Was ist die Zielgröße? Was sollen Jäger hier leisten? Wie sollen Jäger das machen? Wie sollen sie das vermarkten, das Wildbrett, bei den verfallenen Preisen? Was soll damit geschehen? Die Fragen müssen beantwortet werden. Die Frage, warum gibt es nicht andere Populationskontrollen? Die sollten gefördert werden. Warum ist hier nichts passiert vonseiten der Bundesregierung? Lieber Kollege Ostendorf, ja, das mit dem Wildschweinbestand, das ist so ein Thema, wie Wildschweine, wie andere Tiere, auch wenn sie breit und gut gedeckte Tafeln finden, wo sie fressen können, dann ist auch die Vermehrung noch stärker. Ich darf mal daran erinnern, dass wir natürlich auch in der Entwicklung, Stichwort auch der Maisbestände in Deutschland, auch in anderen Bereichen, dass wir natürlich ein gutes Umfeld schaffen. Deswegen müssen wir auch in diesen Punkten beispielsweise, wenn konkrete Regionen sind, mit der Überlegung der Freischlagung von Schneisen, von Jagdschneisen dort auch agieren. Das wird in einzelnen Bundesländern bereits angedacht und versucht, und wir sind bereit, das zu unterstützen. Insgesamt haben Sie recht, die Population der Wildschweine allein ist es nicht. Wir müssen im Übrigen aber auch die Impfstoffe, die bisher nicht existieren, dringend weiterentwickeln. Ich bin dankbar, dass es über das Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union gelungen ist, dass wir hier einen stärkeren Impact in diesem Bereich mitfinden. Im Augenblick haben wir keinen Impfstoff zur Verfügung. Danke sehr. Nächste Frage hat der Kollege Dr. Hocker, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, ich möchte Sie gerne fragen, inwiefern Sie meine Einschätzung teilen, dass insbesondere auch durch das achtlose Füttern von Wildtieren ein Risiko besteht, für die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest und welche Maßnahmen die Bundesregierung in Erwägung zieht und schon eingeführt hat, um diesem Risiko auf diesem Wege zu begegnen? Das ist, Herr Kollege, in der Tat eine Frage, die gerade in dem Bereich der Intelligenten Wildhaltung beziehungsweise Wildbegrenzung mitführt. Wir wissen, dass wir kaum in manchen Bereichen, nicht nur des Schwarzwildes, auch des Rotwildes, wirklich mit einer Bestandserhaltung nachkommen, sondern eher eine Bestandssteigerung da ist. Das hat auch damit zu tun, auch klimatisch, dass die Winter nicht mehr so streng sind. Wildschweine werfen im Frühjahr oder im Winter. Da ist bei kalten Temperaturen die Überlebensfähigkeit und Chance nicht so groß. Die hat sich geändert. Auch diese Dinge sind im Hinblick auf Mildfütterung mit zu betrachten. Wir sehen dann mit dem Deutschen Jagdverband in sehr engem, guten Austausch. Danke sehr. Die nächste Frage hat der Kollege von Gottberg, AfD. Ich bin zwar nicht der Kollege Potschka, aber das macht nichts. So, das habe ich dann akustisch nicht verstanden. Herr Minister, ich danke für Ihren Bericht. Ich wollte ganz konkret noch einmal fragen, wie beurteilen die Bundesregierung die Erfolgsaussichten der aktuellen Bemühungen auf Bundes- und Länderebene zur Verhinderung der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest? Vielen Dank, Herr Kollege. Ich nehme die Erfahrungen aus Tschechien zum Beispiel. Tschechien hat im letzten Jahr im Sommer einen Ausbruch in der Nähe von Zlin, einen singulären Ausbruch von afrikanischer Schweinepest zu verzeichnen gehabt. Ich bin übrigens unmittelbar danach mit meinen Veterinären zum tschechischen Kollegen gefahren, um abzustimmen, was wir tun können. Es ist in Tschechien bis dato gelungen, in einem Gebiet von 40 Quadratkilometern, das sie zum Teil eingrenzen, einfrieten bzw. dort verstärkte Bekämpfung machen, es in diesem Bereich zu halten. Das heißt, das gibt ein Stück Optimismus. In der pandemischen Situation in den baltischen Staaten ist es leider nicht so. Polen hat sich sehr stark verbessert, die Entwicklung. Wir haben jetzt einen Einzelausbruch in der Nähe von Warschau. Allerdings kann man doch feststellen, dass bisher eine große Geschwindigkeit bei der Verbreitung der Schweinepest der afrikanischen nicht festzustellen ist. Das ist der bisher Gestalt. Danke sehr. Jetzt hat die Frau Kollegin Dr. Tackmann noch einmal eine Frage. Nein, das ist leider nach den Regeln bei der Regierungsbefragung, Herr Kollege, nicht möglich. Sie müssten sich noch einmal neu melden. Herr Minister, möglicherweise ist das ja auch ein Anlass, noch einmal über andere Strukturen nachzudenken. Wir haben in Brandenburg beispielsweise, Bundesland, aus dem ich komme, im Süden einen Schweinebestand mit 60.000 Schweinen an einem Standort. Ich stelle mir jetzt vor, dieser Standort kommt in eine Restriktionszone, afrikanische Schweinepest. Wir werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, diesen gesamten Bestand töten zu müssen. Ist es nicht an der Zeit, wirklich ernsthaft mal darüber nachzudenken, dass so eine Megastelle, wie ich sie nenne, tatsächlich auch der Vergangenheit angehören? Und dass wir tatsächlich auch mal unter Tierseuchenbekämpfungskriterien überlegen, dass wir sowohl viel dichte Regionen vermeiden, als auch so eine riesengroße Bestände, weil es ist einfach sehr, sehr schwierig zu handeln in so einer Tierseuchensituation. Ich glaube auch, dass eine ethische Vertretbarkeit einer solchen Maßnahme unter dessen nicht mehr gegeben ist. Und deswegen noch mal meine Frage, müssen wir nicht auch über die Strukturen in den Tierbeständen nachdenken? Frau Kollegin, lassen Sie mich bitte das eine mit dem anderen nicht so vermengen, dass wir nicht mehr den Blick für die Thematik haben. Hier geht es in erster Linie auch bei dieser Verordnung darum, die Biohygienemaßnahmen umzusetzen. Und da haben wir festzustellen, dass, wie wir von der Kommission, der EU-Kommission wissen, in Polen beispielsweise durch die relativ kleinen Bestände an Subsistenzwirtschaft eher die Umsetzung von Biohygienemaßnahmen schwieriger gewesen ist. Das glaube ich jetzt in dem Fall, das ist nicht das Thema, dass die Konsequenzen, die Sie angedeutet haben, auch auf die Frage des Ökonomischen, in solch einer Zone dann alle Tiere keulen zu müssen, da mag jeder bei uns nur sagen, Gott behüte, dass wir in solche Situationen kommen. Wir kennen die Bilder von der europäischen Schweinerest. Danke sehr. Die nächste Frage hat der Kollege Ebner von Bündnis 90 Die Grünen. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, Sie haben mir geantwortet auf meine Frage nach den Vektoren. Sie haben es eingangs auch schon am Rande erwähnt, was die Hauptausbreitungswege, wer die Vektoren sind bei der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest. Und wir haben natürlich alle Verantwortung, genau diese Ausbreitung so weit wie möglich einzudämmen und zu verhindern, dass sie sich da weiter auch in unsere Richtung bewegt. Und deshalb möchte ich doch den Fokus auch darauf lenken, auf die wesentlichen Ausbreitungswege. Es kann doch nicht sein, dass wir uns nur auf das schwächste Glied in dieser Kette konzentrieren. Hauptsache, man hat irgendwas getan. Deshalb möchte ich Sie fragen, Sie haben die Desinfektion von Transportern angesprochen. Wie konkret ist denn das? Haben Sie ganz konkret die Maßnahmen jetzt vorgesehen, dass an den Grenzen sozusagen jeder Transporter, der aus den Gebieten kommt, desinfiziert wird, dass hier untersucht wird, dass geguckt wird, was hier ins Land transportiert wird? Weil das sind die Ausbreitungswege. Hier müssen wir präventiv ansetzen. Vielen Dank, Herr Kollege. In der Tat sieht diese Verordnung eine entsprechende Verpflichtung vor, wenn aus diesen Gebieten heraus, aus den betroffenen Gebieten, Fahrzeuge kommen, die beispielsweise auf in Schweine haltenden Betrieben oder sonst wo gewesen sind. Die präzise Formulierung kann ich Ihnen gerne noch mal nachreichen. Die Hauptaufforderung muss natürlich sein, dass auch die Kontrolle funktioniert. Und hier muss ein Zusammenspiel zwischen den Veterinärbehörden des Landes, aus dem der Transport kommt, auch möglicherweise des transportierten Fleisches oder Fleischproduktes, und bei uns sein. Das heißt, die Behörden haben hier eine Aufgabe. Es muss auch Nachweis geführt werden, muss dokumentiert werden, die Dekontaminierung in solch einer Situation. Das ist jetzt vorgesehen in der Verordnung, sodass das auch nicht nur auf Freundlichkeit basiert. Lassen Sie mich einen Punkt ansprechen. Nein, ich kann ihn nicht mehr ansprechen, weil der Herr Präsident schon wieder die rote Leuchte hier blinken lässt. Herr Bundesminister, der Präsident macht gar nichts. Die Uhr läuft einfach von alleine. Aber es sind noch so viele Fragen, dass Sie noch viele Möglichkeiten haben, alles, was Sie für zu sagen, notwendig halten. Auch zu sagen, das nächste Recht zu einer Fragestellung hat jetzt der Kollege Busen von der FDP-Fraktion. Sie haben es vorhin kurz angeschnitten, Herr Polen. Polen hat zum Beispiel als Prävention zu seiner Grenze Russland und Ukraine, aber auch an den Autobahntierbrücken Zäune errichtet. Denkt die Bundesregierung auch darüber nach, über ähnliche Maßnahmen von Einfriedung? Vielen Dank. Im Hinblick auf Autobahnraststätten ist das in der Tat ein Thema, zum Teil auch durchgeführt schon, vor allem, dass in den Bereichen, in denen Abfallbehälter sind, dass die so positioniert sind, dass sie nicht mit unmittelbarem Zugriff, dass nachts dann die Wildschweiner drin wühlen. So pragmatisch muss man das sagen. Das muss verhindert werden. Ja, das ist eine Aufgabe und Notwendigkeit. Ich darf bei der Gelegenheit sagen, dass wir in der engen Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn durchaus auch gute Erfahrungen, insbesondere mit den tschechischen Kollegen, haben. Danke sehr. Jetzt, Herr Kollege von Gottberg, würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, Ihre nächste Frage zu stellen. Verehrten Dank, lieber Herr Vorsitzender, Herr Präsident. Herr Minister, ich wollte noch einmal nachfragen, konkret nachfragen. Sie haben die Antwort schon beim ersten Fragesteller gegeben. Könnten Sie nicht noch etwas konkreter werden? Welche zusätzlichen oder andersweitigen Maßnahmen, außer den Maßnahmen auf Bundes- und Länderebene, hat denn die Bundesregierung noch in petto, um die weitere Ausbreitung der afrikanischen Schweinepress zu vermeiden? Ich will anmerken, Sie haben das schon etwas beantwortet. Aber ich würde bitte darum, wenn es möglich ist, das noch etwas konkreter zu beantworten. Vielen Dank. Wir haben zwei Seiten. Die präventive Seite, die mit der vielleicht möglicherweise, der Kollege hat gerade die Frage gestellt, vielleicht simplen Themen, aber sehr effizienten Themen zusammenhängen. Zum anderen auch mit der Überwachung, ob es denn Einträge gibt, um dann schnell bekämpfen zu können. Deswegen haben wir ein Wildschwein-Monitoring. Das heißt, dass die Untersuchung auf diesen Virus auch bei erlegten Wildschweinen in Zusammenarbeit mit den Jägern stattfindet, schon jetzt. Gott sei Dank bis heute alle durchgehend negativ. Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Reims ist maßgeblich damit befasst, die Veterinärvorsorge und übrigens auch die Entwicklung eines Impfstoffs voranzubringen. Nur der Impfstoff hilft uns für die gegenwärtige pandemische Situation in Osteuropa leider nicht mehr. Das Zweite ist, dass wir dann auch Maßnahmen vorbereiten für den Fall eines Eintrags, der eine sehr schnelle und deutliche Abgrenzung des Wildschweinbestandes vom Nutztierbestand hat. Das heißt, dass wir hier auch Biohygienemaßnahmen einführen und nutzen müssen, die bereits vorgesehen sind. Der Krisenstab würde das dann umsetzen. Aber jetzt Monitoring, Betrachtung, Kontrolle, Überwachung. Danke sehr. Die nächste Frage hat der Kollege Kekkeritz von Bündnis 90 Die Grünen. Dankeschön. Herr Minister, Sie haben eingangs gesagt, dass das Virus für den Menschen völlig ungefährlich ist. Nun wissen wir aber, dass Viren zu den mutationsfreudigsten Lebenswesen überhaupt zählt. Für wie lange gehen Sie davon aus, dass der Virus tatsächlich unschädlich für Menschen ist? Oder ist es gesichert, dass er unschädlich bleibt? Ich verlasse mich hier auf die Wissenschaftlichkeit, insbesondere der Tierseuchenexperten, auch der internationalen Veterinäroganisationen, die auch hinzugezogen worden ist in Paris. Und die sprechen von einem relativ stabilen und nicht mutationsfreudigen Virus. Sie haben völlig recht. Wenn wir den Blick auf H5N8, die letzte Virusmutation bei der Vogelgrippe sehen, dann wissen wir, dass es andere Situationen gibt. Bisher sagt uns die Wissenschaft, dass auf absehbare Zeit, und das heißt doch, es gibt keine andere Kenntnisse, eine Mutation Gott sei Dank nicht zu sehen. Und zu erwarten ist. Aber das darf uns natürlich nicht beruhigt lassen. Wir müssen da wirklich den Blick drauf behalten. Danke sehr, liebe Kollegen. Ich habe jetzt noch insgesamt acht Fragen zu dem Thema Schweinepestverordnung. Die würde ich alle noch gerne zulassen, würde aber bitten, wenn möglich nicht noch weitere Fragen anzumelden, weil wir auch noch zu anderen Themenbereichen Fragen haben. Wenn Sie so einverstanden sind, dann ergebe ich jetzt das Wort der Kollegin Carina Konrad von der FDP-Fraktion. Ich fasse mich auch kurz. In der letzten Woche wurde ja durch Medienberichte bekannt, dass im deutschen Lebensmitteleinzelhandel auch polnisches Rohfleisch vermarktet wird. Und da ist meine Frage, kann und wie kann man ausschließen, dass infiziertes Fleisch aus Polen bei uns vermarktet wird und dass auch durch den unsachgemäßen Umgang, den Sie eben beschrieben haben, dieses Fleisch bei uns zu einem Ausbruch führen kann? Vielen Dank. Ich darf die Experten des FLI da zitieren, die sinngemäß gesagt haben, das ist nicht der Übertragungsweg, der gefährlich ist. Potenziell ist er natürlich da. Deswegen war es wichtig, dass klar und sichergestellt ist, dass diese Produkte nicht aus gefährdeten Gebieten kommen. Und ich darf allerdings auch darauf hinweisen, dass in anderen Ländern, wenn in einer Region etwas stattfindet, wir insgesamt ein Interesse haben, dass wir eine Regionalisierung der kritischen Gebiete erlauben, Wenn in Nordfrankreich solch ein Virus auftritt, muss deswegen nicht etwas, was in Südfrankreich produziert wird, vom Markt genommen werden. Die Europäische Union ist hier auch nicht nur in der Verantwortung, sondern über ihre Taskforce, so nenne ich die der Kommission, auch involviert in die Sicherstellung der Regionalisierung. Herr Minister, Sie bewerteten vor wenigen Wochen bei Ihrer Vorstellung der Nutzerhaltungsstrategie Konzentrationszonen aus solchen Sicht als schwierig, als zu entzerrende Aufgabe ein. Hat das jetzt noch eine Bedeutung für Sie? Sehen Sie das immer noch als eine Schwierigkeit an, dass wir Gebiete haben in Deutschland, wo einfach viel zu viele Schweine sind, wo wir zu eng konzentriert sind und diese Gebiete immer wieder der Gefahr unterliegen? Kollege Ostendorf, wir hatten im letzten und im vorletzten Jahr bei der Vogelgrippe festzustellen, dass obwohl Biohygienemaßnahmen vorgeschrieben waren, wir trotzdem in zum Teil relativ nahe beieinanderliegenden Putenbeständen oder Geflügelbeständen auftretend dieses Virus mit hatten. Das heißt, das sind Regionen, in denen relativ eng und nah vielleicht der eine vom anderen zum Hof fährt und damit Übertragungspotenziale mit da sind. Die müssen ganz, ganz ernst genommen werden. Und dass die wirtschaftlichen Konsequenzen jenseits aller anderen Fragen, die gestellt worden sind, in solchen Regionen natürlich besonders evident sind, brauche ich nicht weiter zu betonen. Die Schlussfolgerungen, die man daraus dann zieht, die macht man nicht im Krisenfalle, sondern... Herr Kollege Ostendorf, ich bitte um Entschuldigung. Herr Bundesminister, Sie haben sogar die Uhr in Verwirrung gebracht. Aber beantworten Sie bitte die Antwort zu Ende führen. Ja, ich bin eigentlich zu Ende mit diesem Thema, der Aussage gewesen, Kollege Ostendorf. Vielen Dank, vielen Dank. Irgendwas ist mit der Uhr schiefgegangen, bitte um Nachsicht. Jetzt hat die nächste Frage die Frau Kollegin Bauer, FDP, gesagt. Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, die Bundesforsten sind ja große Betriebe. Und unsere Jäger sind ja jetzt sehr fleißig und haben auch gebührt auch großen Dank, was sie schon gemacht haben. Aber was forciert denn der Bund, wenn es darum geht, über gebietsübergreifende Drückjagden auf Schwarzwild in Bundesforsten? Ja, wir sind im Bundesforst. Da muss ich die Zuständigkeit an das BMF, an das Finanzministerium weitergeben. Ja, aber grundsätzlich der Meinung und der Ansicht, dass Drückjagden revierübergreifend stattfinden müssen. Das ist ja der beste Weg, um dann auch die Population einigermaßen zu verhindern. Normalerweise, das heißt außerhalb vom Bundesforst, ist das eine Angelegenheit der Bundesländer, die dann das von ihrer Seite aus organisieren, beziehungsweise soweit notwendig genehmigen müssen. Aber der Bund ist sich seiner Verantwortung in dieser Frage sehr bewusst. Danke sehr. Die nächste Frage hat die Frau Kollegin Pollert von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte vorneweg schicken den Sachzusammenhang, den Sie ja bestätigt haben, dass die Biohygiene schon einen Zusammenhang hat zum Bestand der Nutztiere. Insofern möchte ich die Kollegin von der Linken unterstützen, dass der Schweinebestand, auch in meinem Zuständigkeitsbereich Kloppenburg, da sprechen wir nicht von 60.000, sondern der Kollege Spiering guckt schon sehr aufmerksam, von 1,6 Millionen Schweinen, schon einen Sachzusammenhang hat. Und insofern frage ich die Bundesregierung. Der Konsum von Schweinefleisch stagniert, ist sogar leicht zurückgegangen in Deutschland. Was aber steigt, ist die Produktion trotzdem von Schweinefleisch, weil wir zunehmend exportorientiert in diesem Bereich agieren, unter Unterstützung der Bundesregierung. Deshalb frage ich die Bundesregierung, ob sie an ihrer Politik der Exportorientierung festhält und ob sie hier einen Sachzusammenhang sieht. Verehrte Kollegin, eine ist die Frage der Tierseuchenbekämpfung. Das ist übrigens nicht nur bei Schweinen, sondern bei jedem Tier gibt es leider solche, ich erinnere an die Blauzungenkrankheit bei Rindern, beziehungsweise an die Lampiskin-Disease, die uns aus Bulgarien erfreulicherweise dort mit EU-Mitteln auch stark eingedämmt worden ist, sodass das eine Fragestellung in immer ist. Man muss das eine vom anderen unterscheiden, sich aber sicherlich bewusst sein, dass Risiken der Tierseuchen natürlich dann stärker werden, wenn es mehr Tiere gibt. Aber das ist die Frage, wie die Seuchenbekämpfung dann stattfindet. Und bisher sind wir mit unseren Bekämpfungsnaßnahmen ja doch recht passabel gewesen. Ich erinnere, dass die Tierseuchenkasse auch zum gewissen Rahmen den wirtschaftlichen Schaden ja auch ausgleicht. Danke sehr. Jetzt hat die Frau Kollegin Dr. Tackmann noch einmal eine Frage. Sicherlich einig, dass wir hoffen, dass der Kelch an uns vorbeigeht. Aber wenn dann doch, dann ist es ja wie gesagt jetzt wichtig, über die Dinge zu reden, die dann so wichtig sind, die funktionieren müssen. Und deswegen meine Frage, wir werden ja auch auf Amtshilfe von Tierärzten, liegelassenen Tierärzten beispielsweise, zurückgreifen müssen. Wie hat denn der Bund da Vorsorge getroffen, dass das sowohl finanziell als auch rechtlich dann tatsächlich so geregelt ist, dass das nahtlos funktioniert, wenn nicht dann erst darüber diskutiert wird, wie man das regelt? Vielen Dank, Frau Kollegin Tackmann. Sie beschreiben mit Ihrer Frage, wenn Sie mir das gestatten, ohne dass ich die bewerten will, aber genau das gewisse Dilemma, das der Bund hat. Die Zuständigkeit für Tierseuchenbekämpfung ist in einem gewissen Rahmen beim Bund, aber ganz, ganz überwiegend bei den Ländern. Und Föderalismus ist eine wunderbare Angelegenheit, und ich unterstütze ihn und verteidige ihn, wo ihm es geht. Es ist aber eine stärkere Herausforderung in der Koordination. Die Aufgaben, miteinander zu sprechen, miteinander zu entscheiden und dann auch im Krisenfalle zügig entscheiden zu können, das ist die Herausforderung, die Sie eigentlich, so interpretiere ich Ihre Frage, auch damit beschreiben. Das heißt, deswegen auch die gemeinsamen Übungen, auch der Versuch festzustellen, wo es hier Schwachstellen gibt. Wir hatten im letzten Jahr das Thema Stichwort Fipronil, wo sich das wunderbar sozusagen im negativen Sinne nachvollziehen ließ. Und dankenswerterweise konnten wir daraus Schlüsse ziehen, auch für die zukünftige Aufstellung von Bund und Ländern bei der Tierseuchenbekämpfung und der Europäischen Union. Im Übrigen, wir haben jetzt, gerade heute habe ich unseren neuen Chief Officer für solche riskanten Fälle mit installiert. Danke sehr. Die nächste Frage hat der Kollege Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen. Herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Minister Schmidt. Ich hätte folgende Frage. Sie haben ja jetzt auch die ganzjährige Jagdzeit eingeführt für die Wildschweine. Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage beruht eigentlich die Erkenntnis, dass das einen Beitrag liefern kann, um die Ausbreitung der Seuche einzuschränken, weil es ja auch die Auffassung gibt, dass die Tiere durch die vermehrte Bejagung, den Jagddruck, mehr Schäden, mehr Verbissschäden, größere Aktivität entwickeln und damit sogar der gegenteilige Effekt erzielt wird, dass diese vermehrte Aktivität auch zu einem höheren Risiko der Seuchenausbreitung dient. Lieber Kollege Krischer, in der Tat, es gibt hier durchaus sehr ernstzunehmende Beobachtungen, die eben nicht von der schieren Zahl ausgehen, sondern auch bei der Bekämpfung oder bei der Jagd. Wir sind ja hier an einer Scheidelinie zwischen Jagd und Tierseuchenbekämpfung, sondern auch der Frage, was sind denn die Konsequenzen? Die überwiegende Fachkenntnis und Fachseite sagt, es ist sehr sinnvoll, die Schonzeit aufzuheben, gerade weil im Winter, wie ich ja gesagt habe, auch die Fortpflanzung im Wesentlichen bei den Wildschweinen stattfindet, die ja eine hohe Geschwindigkeit hat. Sie wissen, drei Monate, drei Wochen, drei Tage ist die Tragzeit, sodass das zum Teil sogar mehrfach sein kann. Ich bin aber beim Begriff intelligente Bekämpfung stehen geblieben. Das heißt, eine flächendeckende Bejagung in dem Sinne, nur reduzieren alleine, wird uns nicht weiterhelfen. Wir müssen gerade den Blick auch auf Konsequenzen durch schnelle Bewegung bei den Wildschweinen mithaben. Das hat der Deutsche Jagdverband in einer sehr beeindruckenden Art und Weise bisher sichergestellt. Da halte ich es mit den Faktoren. Danke sehr. Jetzt hat der Kollege Hoffmann das Recht zur vorletzten Frage, zu diesem Themenbereich. Ja, sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank. Die Reduktion der Wildschweinbestände, haben wir jetzt mehrfach gehört, ist natürlich eine sinnvolle Maßnahme, denn wenn weniger Tiere da sind, können sich auch weniger gegenseitig anstecken. Das ist wissenschaftlich, glaube ich, relativ klar. 23.000 Betriebe leben in Deutschland von der Schweinezucht und sie sind natürlich potenziell Gefahren jetzt ausgesetzt durch diese Schweinepest. Und deshalb, glaube ich, müssen wir alles tun, um den Infektionsdruck zu verhindern oder den Ausbruch der Schweinepest zu vermeiden. Sie haben vorher die Schonzeit gesagt, aufgehoben. Gilt das nur für ein Jahr? Oder denken Sie da eine mehrjährige Aufhebung der Schonzeit? Denn ich glaube, das ist auch wichtig. Wir werden es nicht in einem Jahr haben. Und Zusatzfrage noch, Nachtsichtvorsatzgeräte zur Jagd. Werden Sie das zulassen? Vielen Dank. Die Schonzeit ist unbefristet. Die Aufhebung ist übrigens auch im Rahmen des Jagdrechtes der Länder sogar machbar. Deswegen hat, soweit ich weiß, am Einzelbundesländer das bereits auch schon so für sich entschieden. Bei den Nachtsichtgeräten sind wir in einem Abstimmungsbedürfnis mit dem Waffenrecht und mit der Innenpolitik. Deswegen gibt es Anordnungsmöglichkeiten im regionalen Bereich auch mit Nachtsichtgeräten Bekämpfung durchzuführen, mit beschränkter Nutzung. Ich selbst bin skeptisch, ob wir dem Sinn der Jagd damit einen, wenn wir es flächendeckend haben, einen Gefallen tun. Ich würde das eher für den Bereich der Tierseuchenbekämpfung dann sagen. Wir haben ein Problem, dass sich Wildschweine sehr gut verstecken können. Und das kann man nicht allein mit Nachtsichtgeräten. Es kann im Einzelfall ein funktionales Mittel zur Jagd mit sein. Bei Tierseuchenbekämpfung im Extremfalle dann sogar mehr. Dankeschön. Jetzt haben wir nicht noch eine Frage, sondern noch drei Fragen, weil zwei Fragen waren aus Versehen für die sonstigen Bereiche der Kabinettssitzung hier vermerkt worden. Deswegen gebe ich, also Sie haben noch drei Fragen zum Thema Schweinepest zu gewertigen. Die erste Frage dazu, oder die drittletzte, ist der Kollege Auernhammer von der CDU-CSU. Herr Präsident! Herr Bundesminister! Die Diskussion hat gezeigt, dass es kein Nachteil ist, wenn man Bundeslandwirtschaft und Bundesverkehrsminister gleichzeitig ist. Aber viele Landwirte machen sich auch die Sorgen, welche Auswirkungen der legale Lebensmittelverkehr innerhalb der europäischen Gemeinschaft hat. Ich möchte speziell die Werbeaktion eines Lebensmitteldiscounters ansprechen, der polnische Wurstwaren beworben hat in der Vergangenheit. Ist dir sichergestellt, dass durch diesen legalen Lebensmitteltransport keine Übertragung möglich ist? Vielen Dank, Herr Kollege, soweit die Informationen uns vorliegen. Wir sind hier auch auf die Veterinärinformationen auch aus Polen angewiesen. Wenn ich den Fall zugrunde lege, den Sie wohl ansprechen, dann ist das durch die Regionalisierung nach menschlichem Ermessen sichergestellt. Trotzdem will ich bei der Gelegenheit auch einen anderen Punkt noch ansprechen, die Information über Verbraucher. Verbraucher sind in keiner Weise, Sie können sich verlassen, müssen sich verlassen können. Wir stellen allerdings bei der Wildschweinbekämpfung jetzt fest, dass die Wildschweinfleischpreise natürlich drastisch nach unten gehen, weil es zu viele erlegte Wildschweine und zu wenig Feinschmecker gibt. Jedes deutsche Wildschwein ist nach unserer Erkenntnis negativ für Schweinepest oder Sonstiges, ist wunderbar genusslich zu verwerten. Und fast möchte ich jetzt eine kleine Anregung geben, doch ab und zu auch Wildschweingulasch zu essen. Danke sehr. Herr Präsident, wenn das gestattet war, ist keine... Das wird nicht auf die Redezeit angerechnet, die Empfehlung. Jetzt hat der Kollege Ebner, Bündnis 90 die Grünen... Ich sage das natürlich mit vollem Respekt vor Vegetarierinnen und Veganern. Ja, Dankeschön, Herr Minister. Ich glaube, am Framing können wir noch arbeiten. Negativ für Schweinepest klingt nicht so appetitlich für das Schweinefleisch, aber vielleicht finden Sie ja dann noch Werbeslogans. Ich wollte noch mal zurückkommen, wenn wir schon beim Thema Jagd sind, nicht die unmittelbare Wildschweinjagd anzusprechen, sondern noch mal die Frage der Ausbreitung. Und deshalb möchte ich Sie fragen, welche Kenntnisse Sie haben und welche präventiven Maßnahmen Sie ergreifen hinsichtlich des Jagdtourismus in von der Schweinepest betroffene Gebiete, weil meines Wissens gibt es den. Also das heißt, es fahren deutsche Jäger dahin, um zu jagen, was auch immer. Was sehen Sie da ganz konkret vor? Meldepflichten, Appelle, ich weiß nicht was. Also nur bei Appellen kann es ja nicht bleiben. Da glaube ich, bin ich mir sicher, Herr Minister, da müssen wir konkreter werden, um auch diesen Ausbreitungsweg in den Griff zu bekommen. Herr Kollege Ebner, Sie sprechen ja ein sehr wichtiges Thema an. Das ist in der Tat auch ins Bewusstsein auch derer, die zur Jagd irgendwo anders hinreißen. Das ist ja eine durchaus verbreitete, ja grundsätzlich begrüßenswerte Aktivität. Und deswegen sind wir auch sowohl mit dem Deutschen Jagdverband und mit den Jägern, weil das ja nun der Kreis ist, der das tut in diesen Informationen klar. Erstens, bitte nicht in solche Gebiete zu gehen, beispielsweise in die baltischen Staaten. Und dann muss sichergestellt sein, wenn jemand in dieser Region war, dass er durch Biohygienemaßnahmen auf jeden Fall keinen humanen, menschlichen Übertragungsweg mit erzeugt. Besser ist es, bitte nicht hinzugehen. Und wir werden dieses informieren, aufklären, eine Regulierung in dem Sinne kann dann nur im konkreten Seuchenfall stattfinden, durch die entsprechenden Länder. Ich habe das bei der Europäischen Kommission allerdings auch als Thema für uns alle schon hinterlegt. Danke sehr. Die letzte Frage zum Gegenstand Ihres Berichtes hat der Kollege von Abercron, CDU und CSU. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Bundesminister, ich komme noch mal zurück auf das Thema Lebensmittelimporte. Wie gut ist der Austausch mit den betroffenen Ländern? Hier ist ja ein Fall angesprochen worden. Sind Sie auch über die regionalen Verhältnisse dort informiert? Werden Sie gut genug informiert? Können Sie sich darauf verlassen? Und zweite Frage, wenn möglicherweise positive Befunde da sind in solchen Lebensmitteln, werden hier auch verdachtsabhängige Kontrollen dann an den Produkten selber durchgeführt? Vielen Dank für die Frage. Zum Ersten muss der Ursprungsnachweis auch geführt werden. Auch derjenige, der das bei uns hier veräußert, muss die Waren, die Ursprungszeugnisse ja auch vorlegen können. Ich nenne das Wort jetzt untechnisch. Und zum Zweiten muss dann auch eine Verifizierung stattfinden. Das ist eine Aufgabe der Länderbehörden. Und ich werde dieses Thema, gerade dieses Thema, auch zum Gegenstand der Nationalen Präventionskonferenz am kommenden Montag nehmen. Hier geht es ja nicht nur um Tierseuchenbekämpfung, sondern um Verbrauchervertrauen. Und ich denke, dass wir uns alle in den letzten Tagen bewusst geworden sind, dass man solche Befürchtungen nicht auf die Seite schieben kann. Wir müssen auch hier das höchstmöglich in der Europäischen Union, im Binnenmarkt rechtlich zulässiges Maß an Überblick und Kontrolle behalten, beziehungsweise erwerben. Vielen Dank. Nur zur Orientierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zu sonstigen Themen der heutigen Kabinettssitzung und sieben Fragen zu anderen Bereichen oder zu anderen Themen der Bundesregierung. Die würde ich gerne alle zulassen. Wir haben uns darüber verabredet, dass wir die Regierungsbefragung entsprechend zeitlich aussehen. Ich weise allerdings darauf hin, und es geht auf die Kosten der Zeit für die Fragestunde. Damit hat das Wort zu sonstigen Themen der heutigen Kabinettssitzung der Kollege Protschka, AfD. Vielen Dank.